So, was gibt's Neues? So Leute, gestern war der Bautrupp da. Wieso dat denn? Na dat Kloloch. Seit mittlerweile zwei Monaten benutze ich dat Wort Privatsphäre nicht mehr. Das muss doch schrecklich laut sein. Ja, da sagst du was. Ja, was machst du jetzt? So, ich bleib die Woche bei Cornelia. Ach, guck mal, da kommt ja Opa. Ja, wo denn? Naja, hier ist dein Schweinebraten, Werner. Ja, danke Karl. Sogar in Senfsoße. Wat? Ne. Wat? Was ist dat denn dan? Moment, von wann is dat? Also, ich versteh dich nicht. Als ich's eingefroren hab, war's noch gut. Ja, Werner hat recht, Karl. Das sieht also jetzt nicht mehr frisch aus. Wollt ihr mir unterstellen, ich drehe euch schlechte Produkte an? Das war der Renner auf Jochens Konfirmation. Ich hab das sofort eingefroren. Warte mal. Sprechen wir vom selben Jochen, deinem Sohn? Hör mal. Hier ist bewusst, dass dir letztes Jahr pensioniert wurde. Klar. Da hab ich doch noch die Kalsrouladen von meiner Hochzeit waren gemacht. Für seine Feier da. Also, dat is ja... Ja, komm, lass mal, Werner. Er hat's ja gut gemeint. Wat denn? Dat is 1a. Einmal kalt, keine Probleme. Dat is sondermüdisch dat. So gut jetzt. Wofür brauchst du dat eigentlich? Für meinen Geburtstag am Donnerstag, beziehungsweise für Samstag. Ich mach ne kleine Gartenparty. Das ist ja mal so gar nicht deine Art, weißt du? Nee, am liebsten würde ich mich auch verziehen. Aber Cornelia meint, ich muss. Wer kommt, der kommt, war jetzt angedacht. Aber dat war ihr dann doch zu ungewiss. Ja, meint ihr, ich hab Lust, mich den ganzen Abend mit den Ex-Postleuten und dem Proletariat aus Berlin und meinem Jachtclub zu unterhalten? Nee, also um 10 schmeiß ich alle raus, ne? Aber ihr seid natürlich eingeladen. Ja, super. Sehr nett. Ich hab noch ne Fertigbowle im Kühlschrank. Die kann ich auch mitbringen. Ja, aber bitte eine von diesem Jahr. Na klar. Hehe. Übrigens, äh, trinkst du heute kein Bier? Ja, ich wundere mich. Nee, Leute. Mein 8 sagt, ich hab erhöhte Leberfettwerte. In meinem Alter ist es wichtig, fit und vital zu bleiben. Hey. Machst du eigentlich Sport? Ja, ich geh alle 14 Tage Volleyball spielen. Ich will Bungee springen. Was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich fühl mich noch dynamisch. Ich brauch den Kick. Skydiving, Tiefsee tauchen. Egal. Hauptsache extrem. Da hättest du lediglich selber nach Norderney fahren müssen. Das war Abenteuer genug. Ach ja, ich hab übrigens wieder gewonnen. So wiedersehen, bevor ich wieder was geschenkt bekomme. Warte doch. Weg ist er. Naja, dann teile ich halt mit dir meine 250 Euro Gewinn, Hans-Peter. Tja, also hier sind für 50 Euro. Was? Ich kann gar nicht sagen. Ich kann das nicht sagen. Ich hab immer noch gesagt, ich hab noch ein paar die Lotte gehört. Die Tiere sind drei, das die Sache, das dann alles geschlagen wird, die Kuppe. Ich dachte auch noch nicht, aber ich bin nicht hier, aber ich bin nicht hier. Ich kann zwar nicht mehr reden, ich habe gesagt, sondern so ein Lied. Also so, so was noch. Nein, wir haben uns das erste Mal gesehen. Was ist das? Das ist der Lotte. Bis zum nächsten Mal. Oh! Es ist die Schnur, wie ihr könnt ihr damit anspast? Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Ich habe hier noch ein paar Jahre, aber das habe ich nicht so gemacht. Ich habe nicht gesehen, dass ich auch nicht so gemacht habe, sondern das habe ich nicht gehört. Ich kann mir nicht aus Phänomen sehen, dass ich nicht so gemacht habe. Es ist ein Mensch, ein Mensch mit einem Schrank, dass ich nicht so gemacht habe. Es ist auch so, dass ich nicht so habe, ... ... Ich habe das hier ein paar Militär, aber auch hier. Also, ich möchte noch mal hier machen. Ich möchte noch mal hier auf die kleinen Reifen, hier. Ich möchte noch nicht auf die Hände, hier bin ich sehr schön, hier bin ich sehr schön. Ich habe auch hier nicht auf den Kalli, das ist nur noch nicht auf die Seite. Und ich möchte noch mal hier, so 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 ist seit in 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 Untertitelung des ZDF, 2020